Der Bank-Innovativ-Tag hat gezeigt, wir müssen wissen, was passiert in der Welt. Es ist eine einmalige Gelegenheit, zwei Tage in einer Fülle an Themen einen Überblick zu bekommen und müssen die Menschen mitnehmen, damit wir zukunftsfähig bleiben. So komprimiert ist es ein Power-Seminar für Innovation, für Trends. Zum Bank-Innovativ-Tag soll man kommen, weil wir viele coole Innovationen haben, die wir präsentieren können und auch unsere Netzwerk-Partner, die wir als Gäste und Speaker haben und die uns diese Innovationen nochmal hautnah erleben lassen. Sehr interessant, beispielsweise zum Einstieg, das Thema Blockchain. Da war auch eine sehr große Resonanz im Auditorium, habe ich festgestellt. Ein Thema war natürlich AI. Das Schlagwort auch jetzt in den letzten beiden Tagen hier. Und da müssen wir natürlich die Chance nutzen, das auch in unser Geschäftsmodell zu implementieren. Wo setzen wir sie ein? Wo lassen wir sie weg? Und da wollen wir zusammenarbeiten und auch gemeinsam den Weg bestreiten. Das Highlight sind die Menschen, die da sind, mit dieser Begeisterung, mit dieser Freude. Die Leute wurden angetrieben, innovativ zu denken. Spaß an Veränderungen haben, Veränderungen auch erfolgreich begleiten, umsetzen. Treffen mit Freunden, Unterfreunden. Nochmal ganz andere Sichtweisen und Denkansätze zu bekommen. Und man kann da unglaublich viele gute Dinge kopieren und dann mit nach Hause nehmen. Mitweida ist ein Unikum in Sachsen. Wie so ein kleiner Diamant. Und wenn man ihn einmal entdeckt hat, dann will man eigentlich auch gar nicht wieder weg. Und wirklich ein Innovationszentrum, was alle zusammenbringt. Ich finde es irre, was hier für ein Ökosystem entstand. Sehr dynamisches, ein sehr agiles Umfeld. Für mich ein Schmelztiegel, Inspiration, Innovation. Kleines Silicon Valley in Deutschland. Ja, ich bin schön begeistert, was hier passiert. Der Bank Innovativ-Tag hat mir wieder gezeigt, dass wir gute Partner in unserem Netzwerk haben, aber auch darüber hinaus. Super tolles Event und wenn ich die Möglichkeit habe, bin ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei. Und man hat einen Einblick in viele verschiedene Richtungen letztendlich bekommen und das fand ich sehr, sehr schön. Dadurch auch sehr, sehr abwechslungsreich. Super Teilnehmer, nette Gespräche, tolle Location. Rundum perfekt. Diesen Innovationsgrad habe ich in der Größe hier nicht erwartet. Also daher sehr, sehr positives Feedback und ich freue mich, wenn ich nochmal kommen darf. Und ich gehe vor allem nach Hause mit Zuversicht. Bleibt mutig, bleibt hartnäckig, bleibt dran an der Zukunft. Entstehenbleiben ist definitiv die falsche Option.